Hi Leute, wir gucken uns einen neuen Pokémon Trainer an, und let's go! Mit dabei mit Sie und Max. Zeig mir deine Pokémon, ich bin gehypt! Das spielt aber echt so gut aus! Sieht wirklich gut aus! Oh mein Gott, das war es so! So, ich hab mir den letzten Trailer nicht angeschaut, weil da gab's... Das sieht endlich nicht mehr aus wie Klecksilber. Ich bin Scherzenschelch. Ich hab mir den letzten Trailer nicht angeschaut, aber der war auch nur ganz kurz. Fand ich so interessant. Ich bin hier nur für die Pokémon! Das ist schön! Story welcher hat schon sehr welles Spiel! Ich bin hier nur für die Pokémon! Mit Junk! Oh Gott, das Gras sieht aber nicht so schön aus! Warum ist das so groß? Warum ist das so groß? Warum ist das so groß? Warum ist das so großartig? Warum ist das so großartig? Es hat eine kleine Ente. Wie groß soll das sein? Aber vom Worldbuilding sieht das sehr aus wie Gen 8. Also nicht wie Legends, sondern eher wie... Schwertschild, genau. Hä? Kennst du doch? Achso, ich dachte, das sieht so aus wie ein neuer Pokéball oder so. Ja, ja, ich weiß, was das ist. Diese Crystallizer haben die ja schon mal gezeigt. Terra...isierung. Ja. Terrakium. Okay, jetzt muss Terrakium ein Spiel sein. Wie es wird, Leute? Wie es kurz stehen gehört. Terra-Terrakium. Hä? Was? Ist das Metino? Achso, das ist Pomelo. Oh. Hä? Es steht einfach so rum wie so im PC. Bitte sprich mich an! Wild Terra-Pokémon? Wollah, ey. Okay. Nur wie ich das verstehe, ist es random, welchen Terra-Typ es hat. Ähnlich wie, äh, Kraftreserve. Nein. Ja, Kraftreserve oder was. Wow. Okay. 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 Also ich möchte eigentlich nur mega Entwicklungen zurückbekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, warte. Das ist irgendwie... ...wegig. Okay. Jetzt ist es ein kritischer Fang. Nice. 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 Lol, das Mini... Ah, guck mal da links! Das liegt da! Man kann das liegt da schon sehen. Okay, man kann sehen wie Terra-Typ da. Das ist gut. Nicht wie bei Kraftreserve. Ich mag, dass dieser Geist-Kristallhut ist einfach der Geist aus dem Lavandertraum. Ja! Da, Wiglets heißt es auf Englisch. Das ist, weil der Trainer gab Quaxley den Let's Go-Kommand. Ha! Let's Go! Oh mein Gott! Let's Go! Am Ende ist es ein Shiny. Hä, da kann der einfach so angreifen? Um in den Kampf zu gehen? Der Lüft! Der Lüft! Was für eine sehr wichtige Kommande für deine Umstände suchen! Die Trener sind sehr hilfreich, als einfach hin zu rennen! Ja, stimmt. Oh, die Map! Oh mein Gott! Rotom Map! Google Rotom Map! Okay, sieht interessant aus. Dann können wir auf dem legendären Pokémon Mirai-Don gehen. Und gehen! Das ist so komisch. Ja! School Troublemaker! Die Mobber! Die Mobber! Die Mobber! Team Star heißen die! Willst du first? Really? Die Textur da sah schon ein bisschen N64 aus. Warte auf die Klappe. Hä, was? Was geht denn jetzt ab? Ah, jetzt sind wir jetzt von Pokémon! Da! Nice! Schlick da! Und Schein ist, äh, Reglert, ähm, ziemlich grunt. Ja Mike, ich hab dir gesagt, das ist ein Pokémon und es sind nicht zwei verschiedene. Aber du hast mir ja nicht geglaubt. Oh, okay. Haben wir doch gerade... Ah, hier ist auch ein Pokémon, das Auto! Nein, die Engine! Nein, die Engine! Die Engine! Weiß nicht! Mela! Schon hübsch! Sie wurde ja schon gesagt! Ja, ich hab den letzten Trainer nicht wirklich... viel... gesehen. Ich hab den Pokémon trainiert. Ich hab den Musik sogar geifert. Stimmt! Du musst wundern, um zu sehen, wie eine solche, wie diese, funktioniert. Jetzt, wir schauen uns auf einen anderen Trainer. Wie geht's ihr? Was? Aha! Sie benutzt die TM-Maschine im Pokémon-Center. Oh! Schaut mal da links, Girafarig! Die TM-Maschine lässt du dir deine eigene TMs machen. Das ist die Technik-Maschine. Oh, cool! Man kann jetzt kraften. Das ist cool! Hm. Das ist ja nicht cool, dass man nicht sehen kann, was man da kauft. Vor allem musst du immer nachgooglen, was hier eine TM-Bass ist. Ah, das kann ein Pokémon-Center. Just looking at it is enough to make you thirsty. Oh! Her Rotom-Phone is ringing. Ja, das hält es aus der Vergangenheit. Ja, aber komm mal, es hat Reifen! Warum fährt es nicht? Ja, weil es die Vergangenheit ist. Warum will ich sehen? Das sieht krass aus. Hm. Die Augen sind richtig Schlo-Pony, Alter. Path of Legends! Boah! Wie eckig die Augen sind, Alter! Ja! Wobei, der hat was! Ich bin so richtig Kingler-Vibes. Ja, mich erinnert das eher an Krebutag. Ja, der Krebutag. Ja, der Krebutag, ja. Krebskorps. Ja, Krebskorps. Ja, Krebskorps. Ja, Krebskorps. Ja, Krebskorps. Tera-Blast! Wie ist alles aus? Wie ist die Kerbskorps? Da hat man ein neues Pokémon gesehen. Das war Girafarig. Ne nicht da, das ist das andere, was getauscht wurde. Das war Graf Ei Ei. Ja ja genau. Ich frag mich warum die ganz viel Girafarig zeigen. Oh es entwickelt sich. Ich bin so hyped, ich liebe die Entwicklung, die sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Ich liebe es. Farigiraf. Oh leil, der Name. Ja, Farigiraf. Der Name. Was hast du geschrieben? Der Name, ich liebe es. Farigiraf. Okay, die liegt falsch, das ist nur Psycho. Es ist auch noch normal Psycho. Ich möchte so ein Hoodie haben in real life. Bei der Karte wurden neue Puppen gezeigt. Ey, 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 ey. Watt, 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 watt. Du, 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 du. Die Camper-Schonken ist hoher. Sunflora, hide and see. Du, du. Joke, warum sind die so 5 FPS? Alter, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber die NPCs? Super. Was ist das denn? Der wurde schon gezeigt. Der wurde schon gezeigt. Der wurde schon gezeigt. Oh, Fido. Der nimmt mich an irgendwen, aber ich kann nicht sagen an wen er mich an. Wow, Pseudo-Woodo terastalized and became a grass type. Oh, oh. Jetzt ist es wirklich ein Baum. Ein richtiger Baum. Jetzt ist ein richtiger Baum. Es hat seinen Wunsch erfüllt. Was ist denn ne игр�? Ahah, ist der. Was ist der. In der Karte. In der Karte. Oh! Was ist der. Oh, ich hab ihn. Maxwell. Oh! Guck dir NPCs! Ich weiß nicht warum, ich find die so lustig. Wenigstens die spawnen die nicht während die die Pokémon angreifen. Oh, schöne Stadt. Oh, das ist interessant. Oh, schöne Haare. Das ist eine weibliche Trainer, oder? Vielleicht kann man jede Frisur nehmen wie in Splatoon. Ja, das kann auch sein. Das ist am besten, das ist am besten. Oh, Junge, das ist jetzt schon besser als alle anderen Pokémon spielen. Ja. Oh, bitte. Nice. Selfie-Note. Lol. Lol. Jesus. Ich will aber die für Motten sehen. Der Motten. Oh. 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 Diesmal aus zu sein. Ich liebe dieses Viech. Oh, ich liebe dieses Viech. Das ist der Titan. Oh. Oh, Curry. 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 Oh, Curry 2. Oh, die Skora. Oh. Dieses Voltil am Ding. Hehehe. Oh. Das ist einfach wild. Das ist wie in Nintendogs. Das ist Pokémon Army. Komm mal da rechts. Das ist ein Viech. Weiei. Ja. Ja. Naja, wo bin ich denn denn Teller gezeigt? Ja. Oh, wow. Was? Hä? Ja. Ja. Cool. Cool. Aber jetzt holen wir Curry. Oh. Curry 2, Alter. Mann. Hat mich noch nie interessiert dieses Minigame. Oh. Warte, ich rede nicht mit Curry, sondern alles selbst. Tschüss. Aber man kann das frei aus, wenn jemand das platziert. Da kann man bestimmt einen Amurus irgendwie machen. Ach, Mützi. Ach, Mützi. Das ist natürlich das erste, woran du denkst, ne? Lecker. Das sieht aber wirklich voll lecker aus. Jetzt würde ich essen. Oh. Mit einem Evoli oben drauf. Lecker Stäbchen. Ja. Also ich würde das essen. Was soll das mit dem Blick? Das war ein bisschen sass. Das war ein bisschen sass. Das war ein bisschen sass. Der war ganz normal, Fäno. Hat sie gedacht. Ja. Stimmt. Warum? Wie langweil, wie langweil diese Trainer einfach kommt. Hey, du möchtest dich einfach Lächeln. Stimmt. Multiplayer-Auspekt gibt's ja auch. In mir zwei. Können auch fliegen. Da war gerade Naruto. Da stand Naruto. Ich hoffe aber, dass sie es hier so gemacht haben, dass auch die Pokémon von NPC mit den Gegnern spielen. Ja. Das sieht echt cool aus. Das ist viel interessanter als ein Schwert am Schild. Meiner Meinung nach. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Äh. Ja. Finde ich so etwa auf dem gleichen Level. Aber ich mochte die Raids ja eigentlich. Das einzige, was mir daran nicht gefallen hat, ist, dass die NPC-Pokémon nicht gescaled waren. Die haben bei 5 Sterne Pokémon immer noch Carpador eingesetzt. Ja. Das konnten sie als Einzelspieler gar nicht schaffen. Das war halt einfach scheiße Design. Ja. Du hast auch die Option, die deine Alliaten zu unterstützen. Ja. Das kennen wir ja. Wir sind schon fertig. Wir sind schon fertig. Wow. Cool. Ja. Ist eigentlich so ziemlich das gleiche, nur hoffentlich ein bisschen besser und interessanter. Ja. Hoffentlich auch besser die Raun. Hab ich nichts gegen. Sag ich so. Ich hab allgemein nichts gegen diese Terror-Crystallizing. Was heißt. Das sieht ziemlich cool aus. Oh wow. Das war eine wunderschöne Terror-Raid-Battle-Viktorie. Und mit ihm kommt die Chance, dieses Terror-Pokémon zu treffen. Wenn du die Forces gewinnen möchtest. Wer denkt sich denn so. Alter. Hier muss ich jetzt einen Premier-Ball so hin. Da wird es bestimmt drin bleiben. Oh Leute. Der Ball. Das sieht richtig cool aus. Der Brunnen so pixelig. Oh nein. Ja. Der Brunnen so pixelig. Der hat einfach nur gelickt. Jupp. 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 Ja war cool. Haben dir aber nur einen Pokémon gezeigt. Leider. Also ein komplett neues. Wovon ihr nicht gesehen habt. Ja dann hat man schon mal irgendwo gesehen. Ja dann hat man schon mal irgendwo gesehen. Ja die Animationen sind aber voll cool. So im Weg und so. Aber. Ihr wisst alle. Ich bin gehypt auf das Spiel. Ich freue mich. Wenn wir das haben zusammen. Im November glaube ich kommt es raus. Zusammenspielen. Ja. Ich weiß immer noch nicht welche Vision ich spiele. Ich warte erstmal ab. Welche Pokémon mir besser gefallen. Weil die Legis sind beide cool. Shine bright. Like a diamond. Okay. Das war schon nice. War schon sick. Ähm. Ja. Genau. Ich möchte aber einmal ganz kurz auf Farigiraf oder wie es hieß. Zurück gehen. Farigiraf. Wie hieß es denn hier. Ich hab ganz kurz gesehen. Und zwar finde ich das Viech. Echt. Echt. Farigiraf. Genau. Ich finde das richtig cool vom Design her. Äh. Ich möchte unbedingt in real life so ein Hoodie haben. Das wär so cool. Ähm. Blutdruck ist im Spiel. Cool. Äh. Weil Blutdruck ist nicht häufig, dass man einen O-Mod sieht in Pokémon spielen. Ähm. Aber das ist auch nur was, was mich interessiert. Ja. Ansonsten hat man nicht wirklich viel Neues gesehen. Das kannten wir ja schon. Ansonsten. Noch dieses Menü da. Wo der seine Pokémon geöffnet hat. Vielleicht hat man da irgendwo noch was gesehen. Warte. 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 Ich schick dir noch einen Screenshot. Ja. Schick mir noch einen Screenshot. Was ist im Trailer gezeigt? Äh. Nein. Warte. Oh. Ja. Höh. Da wurden ja voll viele Pokémon einfach geleakt. Das war ein Trailer. Wir haben einmal so einen, so einen kleinen Super Mario Pils. Aber halt so ein Braun und Weiß. Okay. Das ist, ich glaube ein Salz, so ein Salzbrocken. Zeig mal. Zeig mal. Dann haben wir so einen grünen Papageien. Und wir haben so eine kleine weiße Maus. Irgendwie sehr an Picochilla. Und dann haben wir das neue Kokosnuss Pokémon mit dem neuen Typen Koko. Das ist mein komischer Piber Traum. Ja gut. Das war dann aber für heute dieser Trailer gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wollt ihr noch was sagen? Amo Chris, jetzt kannst du mit sie nicht mehr sagen. Nice. Komml. 1 1 2